Was ist mit deinem Geburtstag? Kein Geburtstag, du hast es mir versprochen. Kein Geburtstag, Georg, ich warme dich. Hey, peace, peace, wir sind gleich da. 42. Ist das sehr schlimm, wie fühlst du dich? Keinen Tag jünger. Meine Frau ist wie eine dieser Katzen. Da wandte er rum in der Gegend, plötzlich ist sie wieder da und sitzt am Schoß. Lass mich küssen. Es ist aus. Ich bin mit meinem Mann hier. Und?